Yo, Moin! Warum hat sich die Farbe geändert? Ich glaube das ist nicht gut. Wir sind jetzt hier wieder bei Goat Simulator. Stopp, die Aufnahme nochmal bitte. Ich wollte die Fresse mal drauf haben. Gut. Ah, jetzt stimmt's wieder. Keine Ahnung was das war. Okay. Jetzt legen wir gerade eben los. Wir haben hier die Fresse. Und unsere lieben Goat in Goat Simulator! Ja, du wolltest die nächste Stadt, glaube ich. Ich wollte auch mal hier hoch gehen. Weil hier... Skateboards sind. Genau. Wie kann ich die... Longboard. Ach, genial. Mein Traum. Mein Traum wird wahr, du. Du hast es gerade angeleckt. Loslassen. Ein Ziege auf Skateboard. Ich wäre nicht mehr richtig. Ich spinne. Ziege... Nein, nein, zurück! Und sie bleibt standhaft auf ihrem Skateboard. Mhm. Wie nennen wir die Ziege eigentlich? Emma, Luise, Lieselotte? Bobold. Wie nennen sie Elisabeth? Wo ist mein... Nein? Ja gut, jetzt... Nennen wir sie Elisabeth. So... Kann ich damit auch jumpen? Ja, kann ich. Ich bin die Ziege Elisabeth. Ich mach damit jetzt durch die Stadt, du. Oder? So ein geiles Game. Bin ich wesentlich schneller unterwegs, oder? Nein. Nein, ich glaub, wenn du läuft, bist du schneller. So. Nächste Stadt. Geh jetzt einfach mal durch den Ort. Nächste Stadt, ich komme. Da geht's bestimmt zur nächsten Stadt, wo der Herr kommt. Ja. Hier hoch. Ich fahre mal schön auf der rechten Straßenseite. Ah, Tori ist das hier. Nur drei Kilometer. Was? Nein, 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 nein. Treffel. Stay. Da war mein... Wo ist mein... Wo ist mein... Mein... Ich will mein... Ich will mein... Skateboard. Da oben. Dein Scheißernst. So komm. Die Folgen, die sind irgendwie schnell vorbei, wenn man die aufnimmt, ne? Ja. So komm, mach Travelling. Ich will doch ganz normal reisen. Du siehst hier aber auch nicht. Du musst also immer wieder Missionen machen, damit wir wenigstens was Sinnvolles in dem Spiel machen. Da geht's raus. Vielleicht mal runter gehen vom Skateboard. Du hast den Boden verpackt. Oh, deswegen ging's nicht. Ich wollte auch mit meinem Skateboard jetzt fahren. So, wisst ich. Du hast vergessen, auf der Eins zu drücken, Alex. Du musst jetzt bei jedem Folgenanfang machen. Leck ihn an! Das ist, glaube ich, weil du im Tunnel bist. Rennen nochmal ran. Das wird lustig. Mal richtig schnell ran rennen. Nicht nur vom Klang. Das Ausmaß der Zerstörung ist genial. Genital. Genial. Ja. Also, Leute. Ich möchte gern was kaufen. Und jetzt, jetzt, jetzt. Von den Tank. Von den Tankzeug. Falls ihr mal ein Ziege seid, ne. Ihr wisst, was man muss. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo auch Propankasflaschen sind. Aber die respawn ja ab und an mal wieder. Zigaretten. 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 Wir kommen, springen wieder raus. Wir müssen mal weiter. Wir müssen weiter so. Das war der Zerstörer dran. Ja, haha. Einfach mal so die Säule. Das war der eine Feuerlöcher. Da ist der Zweite. Und der Dritte. Ja, haha. Ähm. Also, es äh, funktioniert mal gar nicht. Natürlich, äh. Ich hab jetzt ein Feuerlöcher gegessen, oder was? Da war, glaub ich, nur einer links. Links, link, link, links. Da. Das sind Falle rechts. Ne, das sind wir mal. Ne, rechts jetzt. Gehen wir noch weiter nach rechts. Ne, vor dem, vor dem Clown. Also weiter links. Jetzt rechts. Lass ich mal navigieren von mir. Rechts. Andersrum. Und rechts. Rechts weiter. So ist es mal um die Tankstelle rumlaufen, bitte. Andere Richtung rumlaufen. Von vorn her, oh man. Stimmt schwer für den Begriff heute. Ja. So, und jetzt da rechts gucken. Scheint nicht zu gehen. Ne, der eine ist er. Ja. Warte mal, da steht doch High Explosives raus, oder? Ne. Profi-Developers. Ich hab mir grad eben den Eingang verbaut. Nein. Ne, komm, warum warte? Du musst mal anderswo noch deine Zerstörungsfähigkeiten beweisen. Leck mal an den LKW. Nein. Ich hab mir das schon vor drei Folgen aber so gehabt gehabt. So. Das Auto ging schon in die Luft, bevor ich da war. Wo gehst du denn da rein, in diesem Gebäude? Da waren wir ja noch nie. Das ist ja das Gebäude vor dem Kran, glaub ich. Guck mal, da ist eine Flasche. Zwei Flaschen. Das war ein Gasbrenner oder so. Ich hab ein Gasbrenner. Guck mal, da bestimmt noch irgendwo eine Flasche. Das ist doch gerade schon. Ein Fahrrad. Eine Arcade-Maschine. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Kann ich denn da fahren? Mit W wahrscheinlich. Drück R. Dann W. Der muss natürlich noch balancieren. A und D. A und D. A und D. Achso. Komm noch mal weiter machen woanders. Warte? Guck mal. Dreiv woanders den Unwesen. A wie denn? Wieso Kinder heruntergenstehen, ne? Die Leute, ne? A und D. Achso. A und D. kann man weiter das muss jetzt sein das meistens gehen wir uns fällt oder so war ein das ist doch dasselbe wie von von uns nö wir sind ein stadt es ist dieselbe stadt erst der du reißt immer zwischen ein paar städte da du hast nicht so viel städt das war du reißt ja nicht mal im kreis tut mir leid das ist das so gut auch schade ich möchte trotzdem von dem kran hier oben noch mal runter der mann davon ist schon wieder drauf ja ich muss da unten rein es wird wieder zurückgesetzt hier die wanne wird zurückgesetzt sich schnell ja alex war komm ich will sehen wo ich hinfliegt ich glaub du musst mal respawnen guck mal so sieht alles von unten aus guck mal da oben waren wir da oben läuft jemand lang ja ich glaub du musst du musst respawnen sie sieht interessant von hier unten aus ich glaube ernsthaft du musst respawn aus dem hast du deine folge plus damit mit tankstelle kaputt machen du brauchst kommen das war doch lustig und zumal ja da ist ergeben irgendwo aufs feld wieder Aber erst noch den Gasthang in die Luft jagen, das muss sein. Gute Tradition. Da hinten ist der Bitch-Fight. Ja, machen wir wieder Bitch-Fight. Ziegen-Bitch-Fight. Spezialfolge. Der Ziegen-Simulator. Ach, wundervoll. Dieses Spiel. Du musst einfach gegentreten mit deinem Kopf. Mit der linken Maustaste. Runde 2. Manchmal werfen sie auch durch die Gegend. Gauza aus, so hat es gesagt. Ich komme Runde 3, Wurze. Das war ja... Tsch... Irgendwie sind die mit ihrem Wurfkünsten nicht so gut, die Ziegen. Aber guck mal, wenn du eine andere Zieger reinrennst, du würdest doch... Ey Jens, du wirst doch nie im Leben so weit rennen, oder? Ja. Oder so weit fliegen. Guter Scheiß, wie aus dem Kreis raus treiben. Was? Was? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Das Vieh hat doch nicht mal gelebt. Ja. Das ist halt jetzt... Goat Power. So, weg. Letzte Runde. Komm, stirb du scheiß Vieh. Dann geht's doch. You're such a badass. Yes. Fickt euch alle mal ein Jahr. 9000 Punkte einfach mal so. Ja. Weil ich es einfach drauf hab. Jetzt gehen wir mal zum... Es gibt die noch so schön auf dem Feld. Geh mal den Weg weiter. So. Dem Typ, ja. Dem wird man genau vor die Karrennen. Der lässt sich nicht aufhalten, ne? Ich halte das Auto da nicht explodiert. Leck mal den Ballen ans Auto. Gut. Spaut nur drauf. Der muss doch was wieder aufstehen. Scheint dann scheinlich zu gehen. Na, das geht nicht. Ich will den Arsch aber umlegen, dann lege ich ihn. Ich freu! Ich bin mal den ganzen Rott. Ich trug mal den Tanz in V. Da sind zwei Männer bei der Gart. Hau jeden den Jurer. Warte, mach mal den Mann. Warte, bring mal rein! Ich bin mit dem Auto fahren! Drück mal ab! Nee kannst du nicht. Aber ich kann das machen. Kannst du das anlegen? Jetzt kannst du das anlegen? Ja. Guck mal den Gehrens, oder hinten geht es noch weiter. wenn man da auf dem Weg weiter ich bin schon dabei Laufen 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 Bitch Fight Laufen 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 Scheiß Haus Daily Routine sieht man jetzt nicht grad viel nur Daily Routine hier und irgendwo befindet sich eine unsichtbare Wand Ich glaub das ist halt so bei zehn die haben halt auch ihre Was war das jetzt? Keine Ahnung ich bin gegen eine Wand gelaufen Oh mein Gott Finale der Wallrider geht hoch Herrlich dieses Spiel einfach bloß bei mir Kunst ist das Also ich seh jetzt die Stadt wo ich kann nicht in die Stadt hin So komm Hä? So wenn ich jetzt hier schaff hier hoch schaff muss doch irgendwie gehen oder? Wallchamp Wie geht Wallrider? Wallrider ist wieder was anderes Ne wie kann ich die Wand hoch? Rein und dann springen also Achso Du darfst dann oben nicht nochmal springen Oder einfach auf Anlauf nehmen und dann hoch springen Das geht wahrscheinlich auch so hoch Kannst bestimmt springen Gut Probier mal den Backen mal aus Nein! Nein! Weil ich mir so hart erkämpft Schattest du da nicht in die Low Gravities Ist das zu lesieren? Danke Dein Scheißernst Ist das dein Ernst? Vielleicht sollst du mal respawnen? Ich komm mich nicht durch Dann musst du mal respawnen bestellen Und deine Folge ist schon längst wieder zu Ende Gut Endcard Ihr seht hier eine Ziege Die isst gern Melonen Und die stellt auch anderen Scheiß gern an So jetzt Endcard Hallo Endcard Endcard Regie Ja Also ihr seht jetzt hier links Dann seht ihr noch das letzte Video Ja also links oben ist die letzte Folge Äh Rechts oben Nächste Folge Links unten Es war ein geiles Game Und unten sind die Links Und Website besuchen Abonnieren Wie auch immer wirst du drauf Gucken Und Liken Und Facebook Und so Genau Zwischert uns mal Zwischert uns mal Zwischert uns mal ganz kurz Ja Trailer Und dein Ära WDR NICHTER WDR theme WDR 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 wDR